Hallo meine liebe minecraft freunde zu einer neuen folge minecraft das hier ist die vierte folge mit mir ich spiele jetzt und mein bruder ist moderator und wir spielen heute spleev und ich bin halt auf dem multi cube server den solltet ihr auch mal nehmen und das ziel ist das muss die schneeblöcke unter deinem gegner abbauen und es gibt glaube ich fünf runden insgesamt eigentlich ja genau der wo es erst fünf runden also fünf punkte hat fünf runden gewonnen hat er hat gewonnen und du musst was passiert hier kommst du nicht mehr durch hier du musst auch springen es gibt keinen sinn mehr noch an vielleicht ja und auch 6 du bleibst einfach auf der stelle stehen immer bewegen ich bin drückst tausend nach den tasten ich bin nicht gut Prozent also die nächsten drei Folgen spielten Uhr er ist erregt das 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 Spiel die nächsten drei Folgen O-O-O-O-T-G abgrund 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 dort geht auch mal nach der Verkaufung der Zerner im Namen Ooooooh Piclopy Scheiss mann Scheiss Okay Piclopy hat eigentlich ganz gut gespielt Piclopy Super Jump Super Jump Naja Ob du das schaffst Halloween Oh nein Halloween nein Du brauchst du was näher genommen Fuck Egal Wie sei ich auch ganz einfach Was? Guck Es tut mir so leid Was? Wunderbar nicht Wie soll man denn hier Es geht Oh Gott Wow Aber Der andere ist bestimmt auch nicht so gut Da seht ihr wahrscheinlich nicht so viel Nee tut mir leid man Was ist denn? Aber da gab es auch nicht so viel zu sehen Tut mir leid Hier auch viel Jetzt seht ihr wahrscheinlich mehr Oh der ist genauso leid wie du Was von Anfang? Boah ich bin nicht der ist oder Super Jump Hier Naja Lungern kann besser als GTA und so spielen Auf jeden Fall Ah Warum Brennt denn er dabei? Ja Also ich kaufe mir Also das ist jetzt Also mein erster Meister verkauft Ich gucke mir nach dem zweiten Dass er nur an meinen ersten drauf spielen können Und dann Also Spielen wir auch mal gegeneinander Guck mal der Fuzzi hier ist genauso weit wie ich Ich habe diesen easy Sprünge Ich hasse generell Minecraft Sprünge Egal wie easy sind oder wie einfach ja Ja Mal gucken Ob der nur einen schafft Muss nur einer Sprünge Kannst du und musst nicht sprünge Ja aber den schon Oh schaffst du mal das? Oh da gehst du weiter Ach Fuck ich dachte es geht Das ist das Ziel Schei Oh Ja das Super Jump Oh Gott Wir nehmen heute Nur 10 Minuten auf Weil Uns ist aufgefallen Wenn wir Zu lange Videos hochladen Dann klappt es nicht so richtig Ja tut mir leid Also die erste Folge Konnten wir nicht hochladen Weil sie zu lang war Falls ihr die erste Folge nicht ansehen könnt Tut es mir sehr leid Also deswegen machen wir jetzt nur 10 Minuten Folgen Mach einfach ab Ich mach ne andere Map So macht das keinen Spaß Ja das gleich ablöst wenn du einfach nicht mehr ausgehst Ja Also der andere Rat ist gewonnen Und also Die nächste Folge die ich aufnehmen werde Mit euch Scheiß sogar nicht Mal Da spiel ich mal Super Jump Weil Es macht mir ganz viel Spaß Easy easy Da ist doch hier Warte Geh mal nach links Nach links Links Ja genau Und aufs rote Schild Genau Jetzt kannst du irgendeine Web auswählen Wo jemand schon drinnen ist Da ist niemand drinnen Ja doch da ist niemand drinnen Ja weil du drauf gedrückt hast Ja Egal auf jeden Fall muss die Map hier einfach sein Naja Ja ich finde es halt einfach aber Mal gucken wo du durchlegst Guck mal nach rechts WTF one Ja das sind ziemlich einfache Sprünge Ja das sind ziemlich einfache Sprünge Und durchspringen Hier der Angeber Malte Ja okay Nächst Nächstes Video was ich mache Sprünge ich da durch Sehr gut Ja Ja Sonst springe ich auch Ja kurz Vollmann kann durchspringen Ja da musst du nicht Springen gedrückt halten Nicht? Nein du kannst ja nicht drüber springen Das ist das Ziel Ne? Oh Warum falle ich runter Obwohl ich mich drücke Obwohl ich mich ducke Naja und wir spielen Minecraft auf dem Computer Wie ihr seht Oh Gott Und wahrscheinlich in den nächsten Tagen Hol ich mir auch mal Aufnahmeprogramm Dann sieht es alles auch besser aus Die Welt ist einfach Aber ich schaff's noch nicht mal Ja? Oder diese Babysprünge Ja? Warte 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 auch kaum schaffst du Ne grad nicht Hm? Ich schaff's nicht Ich schaff's nicht Warte Warte ist das Rennen? Ne Oder nicht? Geht Geht Ich will das jetzt schaffen alter Ich bin Ich bin Kann man dann halt irgendwie so Ich bin doch Ender Games Hast du noch nicht gespielt Okay Tut mir leid Ich bin nicht so gut in Diesen scheiß Games Naja wir haben 8 Minuten 8 Minuten 2 Minuten Dann spiele ich am besten nach einer Runde Das lief oder? Das lief